Oh nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Nicht machen. Ach, Alter. Ich reich doch dann über die Länge nicht mehr ran an das Ganze. Äh, du kannst doch von hier unten. Ich muss dazu aber nach oben. Das ist doch Blödsinn. Wieso musst du nach oben? Ach, MS. Der kann denn jeden Spaß neben mir. Korrekt. Was bist du denn für einer? Einmal mit Profis arbeiten, weißt du? Gibt's hier nicht. Das stimmt. Du hast es dir so ausgesucht. Hast du Pech gehabt. Äh, so, dann kann ich das mal abmachen. Das kann ich abmachen. Das kann ich abmachen. Einmal mit Profis. Einmal. Muss man doch mal bei Gronk anrufen und auf dem Anrufbeantworter sprechen. Bitte, hilf mir! Oder so. Bitte. Der macht mich total kaputt. Da ist ein Tisch im Weg. Wer hat da so einen Tisch hingestellt? Weiß ich nicht. Das muss ein mieses Schwein gewesen sein. Ja. Warum setzt du da jetzt die Haukel rein? Ich hatte gehofft, du merkst es nicht. Natürlich merk ich das. Du merkst doch gar nichts mehr. Du merkst nichts mehr. Das stimmt. Deswegen nehm ich mit dir auf. In deinem Alter. Ja. Ich hab ja zu dir immer gesagt, ich bin Gronk. Richtig. Deswegen machst du das, ja. Ich hab da damals immer verstanden, er ist ein Gronker Hund, weißt du? Ja, genau. Kannst du mal bitte ein bisschen langsamer bauen? Komme nicht hinterher. Wie? Du kommst nicht hinterher. Mit dem Abbau. Mach die Scheiße doch selbst, ey. Hallo. Das ist ja nur meine Spitzhacke, die dann kaputt geht, ne? Ja, eben. Die auch fast kaputt ist. Hier fehlt noch ein Holz. Wo denn? Sieht so dunkel aus. Wir haben es jetzt so gemacht, jetzt wird es auch so genommen. Okay. Hier fehlt also noch ein Holz, ja? Lebt damit. Da ist Stein. Le Schaufel. Oh, Schaufel. Da, 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 da. La, 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 la. La, 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 la. Äh. Sonst alles gut bei dir? Och. Ich weiß noch nicht so genau. Wie sieht's denn aus mit, mit, mit... Guck mal, bitte. Ist das so okay? Also so Zweierfenster oder lieber Dreierfenster? Emes, du weißt doch, ich sterfe auf Dreier... Nein, das, die Zweier sind in Ordnung. Gut, dass das keiner mitgekriegt hat, was du gerade gesagt hast, dass du auf Dreier stehst. Was? Hab ich niemals gesagt. Jetzt hör mal auf, ja? Lass mal die Kirche im Dorf. Oder findest du, das ist zu viel Fenster? Du bist zu viel Fenster, Emes. Weißt du doch, du bist zu viel am Fenster. Ja, das stimmt. Ich guck halt gerne raus. Siehste? In welchem Abstand möchtest du denn hier diese wunderbaren Geräte haben? Was ist denn das für ein Gerät? Der Gerät? Der Gerät. Directly on the table? That looks like that. Make it on the other side? Nee, with one Abstand. Nee, obwohl, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus, und man kann sich auch hinsetzen. Bei mir sitzt du nicht, bei mir stehst du. Ja, ich steh auf dich. Was? Weißt du, das ist nicht schnieke hier auch mit der Lampe? Da sollte man eigentlich in jeder Ecke mal eine pflanzen. Hast du, hast du noch andere Lampen? Nein. Für alle anderen Lampen brauchen wir Glofstone, und das haben wir noch nicht. Ja, da hast du recht. Glofstone, weißt du? Glofstone. Glofstone? Rischisch. Nein, muss ich raten. Äh, nee, da hin. Ja, so Knochen und Sandsteinlampen und sowas hätten wir noch da, aber das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Naja, äh, kommt drauf an. Ich wollte noch ein paar an die, äh... Noch Sandsteinlampen. Sandsteinlampen könnten wir bauen. Und brüchige Steinlampen könnten wir bauen. Da brauchen wir aber von brüchigen Steinen die Blockstufen. Brüchigen Stein haben wir auf dieser Insel. Stimmt, der war vorne irgendwo. Richtig. Oh, steht der Tisch mitten im Weg? Weißt du, jetzt musst du hier über den Tisch springen. Oh, wir können sogar Steinen nehmen. Aus Steinstufen, Steinlampen gehen. Pass mal auf. Pass mal auf, de Bopecorp. Hallo. Pass mal auf, de Bopecorp. Pass mal auf, de Hagegarde. De Hagegarde. Da brauchen wir doch nur Slabs für. Wir haben doch Slabs. Steinslabs. Please, Lars, Lappi. Was? Haha, bitte nicht. Ja, Mann. Wie viele? Außenlampen. Ich hätte Außenlampen im Angebot. Wie viele? Äh, keine Ahnung. Och, MS. Ei, äh, mach doch mal ein paar. Oh Gott, falsch. Falsch formuliert. Definitiv falsch formuliert. Please, Lars, Lappi. Ich hab jetzt vier Stacks. Oh. Natürlich nicht. Was wird denn das für eine Aktion, wenn's fertig ist? Das ganz einfach, mein Freund. Ich mache das so, dass hier oben... Spawn. Da brauchst du doch nur Slabs draufsetzen, da oben brauchst du nix ausleuchten. Da sind doch schon Eichenholzstufen, da spawnt nix. Nein, das sind keine Stufen. Das sind normale. Ich sehe von hier oben, wenn ich drauf schaue, Eichenholzstufen. Was? MS, ich hab doch mitgedacht, ich bin doch clever. Aber, ne, ich konnte da doch eben grad noch was draufsetzen. Es sind Stufen, MS. Ja, aber da... Hä? Was hast du denn gemacht? Auf den Stufen spawnt doch trotzdem was, wenn's auf dem Mal abguckt. Auf den Stufen ist nix. Egal, sieht besser aus. Aha, du willst da einfach nur Licht dran machen, oder was? Ich muss mal von da gucken, was du da jetzt gemacht hast. Ich muss mal jetzt hier von so oben, muss ich da mal so drauf schauen. Oh, nein! Auf, äh, Glas baut doch auch nix, ja? Das weiß ich nicht so genau. Möchtest du Glasblöcke reinsetzen? Ja, damit... Wir haben kein Glas. Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Nein, haben wir nicht. Damit wir von oben noch ein bisschen Beleuchtung haben, weißt du? Warte mal, pass mal auf hier. Kannst du mich mal angucken? Verdammt! Du sollst mich angucken. Äh, was? Wo bist du denn? Ach da! Er sieht mich wieder nicht, weißt du? Er sieht mich einfach nicht! Danke. Warte, 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 warte. Auch noch? Ja. Ja, worauf? Ja, ist schon okay. Weißt du, da gibst du dir hier Mühe, dass du hier Porträts machen kannst und so, weißt du? Und dann kommt sowas. Du bist ein kleiner Diamant. Ich bin auf jeden Fall ein Diamant. Das war ich schon immer... Hier verbrannt. Alter Scheiben, oder was? Was? Nein, das ist Blöcke. Stimmt. Flutana Variata? Nee, Ballade Medievale. Aha. Das ist aber ein merkwürdiger Sound hier. Ich hab keine Fackeln mehr. Okay, dann geht das sogar perfekt. Auch das ist schön. Du hast wirklich die ganze blöde Erde abgebaut. Nein. Ja, Pech gehabt. Jetzt komm ich an den letzten Blocken dran, den machst du weg. Was? Ich hab Erde abgebaut? Ich hab doch keine Erde abgebaut. Kommst du doch noch sowas? Nein, ich hab Erde abgebaut. Ich bin ja runtergefallen. Ich hab's doch gesehen. Schmock. Ich baue keine Erde ab, MS, wenn du da oben bist. Bist du denn bescheuert? Doch. Am Ende könntest du dir wehtun. Das geht so nett. Genau. Hallo? Also jetzt lass mal hier, ne? Und so im Dorf und so. Äh. Das könnte mir niemals einfallen. Mhm. Niemals, MS. Ja, kannst du den anderen Erdblock auch noch abbauen. Du kannst den Erdblock noch abbauen. Ja, das musst du jetzt machen. Äh, 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 äh. Wollte ich nicht drankommen. Warum nicht? Weil er wieder nix kann. Ich muss hier, glaube ich, weg. Der MS wird mich schon endlich gleich verfolgen und brutal zusammenschlagen. Ja, das werde ich tun. Na siehste, hat doch geklappt. Was nüllst du denn als... Das sieht von oben aber sehr, sehr merkwürdig aus. Hm? Das sieht von oben sehr merkwürdig aus. Ja, genau. Ich muss mir hier weg. Sag ich auch jeden Tag an der Arbeit. Du bist ein Freak. Du bist ja ein Freak. Was hältst du denn von... Beleuchtung like this? Und zwar immer over the windows. Somewhere over the window? Ja. Finde ich jetzt so persönlich nicht schlecht. Da hast du aber ein kleines Problem hier neben an der Seite. Es ist eine Außenbeleuchtung, Mann. Ach so. Wird okay. Fäb, fäb. Fäb, fäb. Was? Mohohohoho. Fail. Gerade mal festgehalten. Ja, auf einem Screenshot. Auf einem Screenshot? Auf einem Screenshot. Wieso sollte ich denn hier ein Problem haben? Ja, weil du dann nicht so viele hinsetzen kannst. Ja, da kommt eine hier hin. Da kommt eine hier hin. Und eine hier. Nee. Doch. Hast du an Betten gedacht? Die Betten stehen noch oben in dem anderen Häuschen. Ähm, da fällt mir gerade auf. Au. Da das so schön symmetrisch ist. Symmetrisch, progetrisch? Oder lassen wir die Leiter? Ach, ich denke, wir lassen erst mal eine Leiter. Es sei denn, in den Kommentaren steht was anderes. Warte, ich gucke mal drunter. Nein, steht nix. Ich sagte Kommentare, nicht deine Füße, Emmes. Nein, ich habe unter die Kommentare geguckt. Unter die Kommentare hast du geguckt? Ja, ich habe unter die Kommentare geguckt. Da steht aktuell nix. Gut, unser eins würde ja in die Kommentare gucken, aber es ist ja okay. Du bist ein Vogel. Nee, du bist ein Vogel. Nee. Doch. Nee. Doch. Doch. Vogel darf man nicht sagen. Ja, kann man schon sagen. Nee. Das ist so krank. Was wollte ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich wollte noch Innenbeleuchtungen bauen. Mhm, stimmt. Nee. Wie sieht es denn mit denen aus? Das können wir mit... Ah, nee, das können wir nicht. Ach, verdammt. Ich brauche noch eins. Ich brauche also vier Glasschirmen und eine Fackel für eine Lightbulb. Wir brauchen aber noch drei Lightbulbs. Boah, KST-Beats, erschreckst du mich, mein lieber Schwan. Und dann nehmen wir noch mal, ey, du. Doppstep aus dem Hause KST-Beats. Was läuft denn da? Beat Nummer 121. Frequenz. Ich gehe irgendwie immer in die blöde Steinkiste. Ich weiß halt warum. Du stehst auf Steine. Stein. Stein. Das behalten wir mal. Äh. Das brauche ich noch, Holz. Wolle. 14 Flins. Wir haben ja keine Federn. Richtig. Ich wollte mir jetzt nämlich ein paar Pfeile bauen. Haben wir aber nur vier. Le Gold. Le Gold? Oh, wir haben Gold. Und wir haben ganz schön viel an Eisen. So, ich brauche jetzt erst einmal Lightbulbs. Fop. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, Lightbulbs haben wir. Dann brauchen wir... Einmal. Zweimal. Dreimal. Geil, Omad, Alter. Geil, Omad. Fop. Fop. Zing. Drasser, bum. Labab. Labab, labab. Labab. Ribbit. Ribbit. Was? Was willst du? Ach, nix. Auch wenn du so fragst, kommt schäu. Wenn du so fragst, kommt schäu. Ja. Mein Spruch. Auf, mir meine Sprüche zu klauen. Okay. Der Emes klaut meine Sprüche. Das macht er im Übrigen ständig, ne? Immer. Mhm. Ja, der Emes macht das mit Vorliebe. Ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Ja.